Hallo Menschheit! Willkommen beim nächsten Part von Castlecrashers. Es geht weiter und weiter und wir beide benutzen jetzt Celery, weil wir bemerkt haben, dass es das beste Waffe ist. Egal, so. Ey, ey, was soll der Scheiß? Ich breche schon wieder. Boah, das wird ne Schlacht, das wird ne epische Schlacht. Der Endgegner hatte doch einen auf seinem Rücken, ne? Jetzt schicken wir die. Einmal kann, wir kommen ja andere Kompos dazu. Boah, die schießen mit Fischen, boah, ist das wie gemein. Pass auf die mit dem Fisch auf. Beiß in den Fisch, Baby, beiß in den Fisch, du Schlampe. Jaaa. Ich unterstütze dich mit Pfeil und Bohr und mit ner Spezialtank. Bam. Oh, die Spezialtank hat man sich zu tun. Schau an, nicht. So, hab ihm die Hand abgeschnitten. Oh, ein Smaragd. Gibt 15 Puls. Ich glaub, ich hab falsch geskillt. Kann man zurückskillt? Ich lieg doch nicht. Guck mal, das macht mein Magie-Skill. Warum's gibt's ja auch in Magie, Alter, ganz ehrlich. Ach so, weil ich so gut ne Magie-Skillt hab, mach ich 3 Schaden mit meiner Spezialtank. Juhu. Und dein Mana lädt sich weder auf, ne? Ach, und, äh, morgen spielen wir League of Legends. Wenn mir jemand, äh, ein Rat gehen will, welchen Helden ich nehmen sollte, wär ich sehr dankbar. Ist klar, wer den Steinbock da hinten bekommt, ne? Ich, Jura. Ach, der Steinbock gehört zu dem. Mach ihn platt. Ah. So nah, das war schon. Harry Bloodstack ist Attacker. Das weiß ich ganz genau. Also wenn der Typ kommt, äh, mach den Schildung, ne? Schildung? Schildung hast du reichen, ja. Benutzt einfach mal Ice Titan krank. Mein Level ist nicht schlecht. Ja, das ist wirklich schade. Hey, kann ich noch zwei Pats haben? Oh, wo geht das denn? Nein, überhaupt nicht. Ah, komm her, du Bastard. Ich bin der König des Bottom-Smashings. Hey, ganz ehrlich, seine kleinen Gehilfen wollen auch nicht sterben, oder? Ne, sind echt nervig. Boah. Boah. Jetzt wieder Massenruckelegen. Sein Scheiß-Tinkbock, weißt du noch mal? Ey. Das war cool und ruhig. So was heißt für mich, Trank nutzen? Alter, warum ruckelt das denn so auf dieser Level? Ja. Das kommt von dem ganzen Skid. Kann doch nicht sein. Äh, vielleicht vom Regen? Das war so ein Zocker-PC. Gamer-PC hab ich, ja. Boah, Alter, kann man ja gar nicht spielen. Na klar, komm mal, wir spielen doch. Da ist doch gleich tot. Da ist doch gleich tot. Da ist schon tot. Ah, jetzt macht er wieder den Tornado, alles klar. Boah, wie das ruckelt, Alter. Ja, wir hätten ihn schon echt hatten. Ich lese gerade, Gökhan hat Guppi-Babys im Geburtskasten gerettet. Dann will ich dieses Video schon mal nutzen, um mich über Geburtskasten auszulassen. Als Aquaristik-Fachmann. Boah, guck mal, ich hab auch zu denen das Ding geholt. Wohl mal, das andere. Ey, du Penner. Ja, jetzt hat sich der andere nicht vergeben. Als Aquaristik-Fachmann, also darf ich mich mittlerweile nennen, möchte ich sagen, dass diese Brutkästen nicht gut für eure Fische sind. Doch, für die Geburt, wenn schon. Ne, an sich immer, weil... Doch, weil sie gerade gebärzt hat. Ähm, ich glaub, wir hören auf, diese Level aufzunehmen. Das hat so keinen Sinn. Okay, aufhören. Guck mal, Freps, nutzt. Junge, Freps, was ist mit dir los? Wir nehmen das nächste Level auf. Hier hattest du irgendwelche Probleme, Jungs. Wir sagen euch, wie das Level war. Und beim nächsten Level geht's dann weiter. Macht's gut, Leute. Peace. So, nachdem die Regensequenz vorbei ist, können wir ja hier weiterzocken. Wir mussten gegen Ende noch gegen harte Gegner kämpfen, die U2-Tränke und mich eingekost haben. Aber Ull, nur wegen der schlechten Störung. Oh, Ull, ich mach den weg von deinem Kopf, Alter. Nicht gesund. So. Weiter geht's. Ah, das war ein Zeiss. Das war's. Ach, das war ein Zeiss. Das war's. Ach, das war's. Ich denke, ich hab's geschneid. im selben Level. Ich werde das wahrscheinlich auch zusammenschreien. So. Ah, ein Bastard. Nicht so. Warum kommt dir Blut? Vielleicht wegen dieser Blutsauger hier. Oder wegen dem Kollegen hier rum. Viele Bosskämpfler. Oh, der Scheiß. Wann ist der Scheiß gut drin? Ah, Mann. Er hat die Abwehrtaste. Welche ist denn das? Oh, links. Mit der Scheiß kann man nicht was anfangen. Oh, die schadet ordentlich. Weg mit der Scheiße. Und sie vergiftet. Scheiße. Das gibt's nicht, ey. Was ist denn mit Fraps los? Immer diese Technik. Entweder Fraps ist ein Problem oder ich hab keinen Festklappenspeicher mehr. Ich glaub beide. Wir haben schon... Wir haben schon... Er macht immer seinen Mund auf. Ich hab erst hängen geblieben. Oh, er rückt die Zunge nochmal raus. Oh, er rückt die Zunge nochmal raus. Boah, ist das ekelhaft, Alter. Wir machen Fraps wieder aus. Ich glaub wir haben ein kleines Speicherproblem. Ehe Owe stirbt, machen wir aus. Und am Ende geben wir euch noch eine Achtras. So, wir sind fertig mit der Level. Ich wollte nur nochmal aufnehmen, um dieses Bild zu zeigen. Wie viel ich mehr getrückt hab. Und wie viel Gold du dafür gesammelt hast. Außer, das ist voll scheiße. Ich hab voll packen, wie es geht. Ja, ja, ja. Junge, Junge, Junge. Du kannst auch viel von mir lernen. So, jetzt gehen wir noch schnell. Und, ähm... Ja, spielen wir dann weiter. Aber erstmal laden wir hier die Parts runter und löschen ein bisschen. Was, ich glaub, der Speicher ist wirklich voll vom Laptop. Weiter, Junge, weiter. Also, das gilt auch mal. Dann verabschiede ich mich nochmal. Ähm... Ja, ich denke wir spielen das ganze Spiel über Youtube durch, weil das bietet sich einfach so super an. Neuer Zauber, endlich! Egal, wir beenden das jetzt. Okay, wir enden das. Macht's gut Leute und bleibt cool und ruhig. Ey.